Von Gott kann man nicht einmal sagen, dass er geboren ist, meint Xenophanes, denn das Vollkommene kann nicht aus dem Unvollkommenen geboren werden. Gott ist also nicht erschaffen und ewig. Schließlich kann es auch nicht eine Vielzahl von Göttern geben, weil dann einige von ihnen überlegen und andere unterlegen wären, und eine unterlegene Gottheit ist nicht vorstellbar. Gleich können sie ebenso wenig sein, denn das widerspräche der Haupteigenschaft des Göttlichen, nämlich überlegen zu sein. Gott ist also einzig, allmächtig sowie sphärisch und darin weder unendlich noch begrenzt. Allerdings wendet Aristoteles ein, sich Gott in Kugelgestalt vorzustellen, würde doch bedeuten, ihn Grenzen zu setzen. Um dieses Problem zu lösen und allen Recht zu geben, müssten wir Einsteins Theorie des vierdimensionalen gekrümmten Raumes, der gleichzeitig begrenzt und unbegrenzt ist, heranziehen. Doch wie soll ich da mein Versprechen halten, die Materie möglichst leicht verständlich darzustellen? Ich überlasse es lieber der Fantasie des Hörers, diese Überlegungen weiterzuführen. Wenn man also sagen kann, dass Xenophanes mit seiner Vorstellung vom Einzigen die parmenidischen Theorien vorwegnahm, so lässt sich seine Physik eher von den milesischen Philosophen herleiten. Die Welt hat sich seiner Meinung nach aus der Erde entwickelt und Erde wird sie auch wieder werden. Gegenwärtig besteht sie aus Erde und Wasser und inzwischen Formen aus Schlamm. Beweise für das Vordringen eines dieser Elemente in Bereiche des anderen sind für ihn die fossilen Fische, Pflanzen und Muscheln, die er in den Steinbrüchen von Syrakus fand. Bemerkenswert ist auch seine Hypothese, dass die Erde unter unseren Füßen im Unendlichen wurzelt, also nicht auf Wasser schwimmt, wie Thales behauptete, und auch nicht im Leeren hängt, wie Anaximander glaubte. Am eindrucksvollsten ist Xenophanes meiner Meinung nach aber in seiner Dichtung. Lesen wir hier eine seiner Elegien. Versetzen wir uns im Geiste ins fünfte Jahrhundert vor Christus und nehmen an einem Gelagerteil. Wein ist in Fülle zur Hand, der niemals droht zu versiegen, der uns mit duftiger Blum lockert im Tönernem Grug. Heiligen Wohlgeruch lässt in der Mitte der Weihrauch entströmen, kühlendes Wasser ist da, süßes aus lauterem Quell. Weißbrot gibt es und Käse, dazu dickflüssigen Honig. Unter der Speisengewicht beugt sich der stattliche Tisch, ganz mit Blumen bedeckt. So steht der Altar in der Mitte und vom reigen Getön hallet in Festlust das Haus. Gott erklinge zuerst der Gesang verständiger Männer, ihn erhebe Gebet, warte andächtig und rein. Hat man die Spende gebracht und gebetet, um Kraft und Vermögen, Recht zu handeln, dann ist's Übermut nicht, so viel dem Becher zu huldgen, dass wer vom Alter nicht schwach, ungeführt komme nach Haus. Kapitel 12 Parmenides Parmenides, Sohn des Peyretos, wurde zwischen 520 und 510 v. Chr. in Elea geboren. Diogenes Laertios berichtet, seine Meister seien Xenophanes, Anaximander und der Pythagorea Armenias gewesen. Dass er ein Schüler des Xenophanes war, möchte ich nicht in Frage stellen. Beide lebten an ein und demselben kleinen Ort mit weniger als tausend Einwohnern, wo es kaum Abwechslung gab. Wie hätten sie sich da nicht begegnen sollen? Anders bei Anaximander. Zwischen ihm und Parmenides lagen immerhin 2000 Seemeilen und vor allem über 100 Jahre Altersunterschied. Kann man sich da einen Kontakt vorstellen? Und was den Eleaten mit dem Pythagorea Armenias verbannt, war wohl auch etwas anderes als das reine Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ich habe genau nachgelesen, was bei Sotion darüber steht. Während es im Zusammenhang mit Xenophanes und Anaximander einfach heißt, er war Schüler, gebraucht der Geschichtsschreiber bei Armenias die zweideutige Formulierung, er hatte Beziehungen. In einer anderen Übersetzung, er hatte Umgang, ja sogar Vertrautenumgang. Dass Parmenides homosexuell war, bestätigt uns sogar Platon, der uns in dem nach Parmenides benannten Dialog offiziell Xenon als Liebhaber des Philosophen vorstellt. Aber das braucht uns nicht zu wundern. Homosexualität war damals sehr verbreitet und fast alle Philosophen hatten einen Boyfriend. Der Unterschied war nur der, dass diese Denker damals auch die schönen Heteren aufzusuchen pflegten. Parmenides entstammt einer reichen, vornehmen Familie und er zeigt sich seinen Freunden gegenüber großzügig. Als Armenias, der sehr arm war, stirbt, lässt er ihm auf eigene Kosten eine prächtige Grabkapelle errichten. Plutarch zufolge war er ein bedeutender Gesetzgeber und seine Mitbürger leisteten, wenn sie volljährig geworden waren, den treue Schwur auf die parmenidischen Gesetze. Zu seinen Schülern zählten Xenon und Empedokles. Und sehr viel mehr ist über sein Leben auch nicht bekannt, außer, dass er einmal im Jahre 450 eine Reise nach Athen machte. Offenbar handelte es sich dabei um eine diplomatische Mission im Auftrag der Eliaden, mit der Perikles bewogen werden sollte, ein Bündnis zwischen den beiden Städten zu schließen. Anscheinend aber verbrachten Parmenides und Xenon die meiste Zeit nicht mit den Staatsmännern, sondern mit ihren Athener Kollegen. Es kam praktisch zu einem Gipfeltreffen der Philosophen. Auf der einen Seite standen die Eliaden, die natürlich darauf brannten, ihren Kollegen zu zeigen, dass die Denker der Provinzus mit ihnen aufnehmen konnten, und auf der anderen Seite Sokrates, der, obwohl erst 25 Jahre alt, schon ein gefürchteter Dialektiker war. Hieraus entwickelte sich das langweiligste und komplizierteste Gespräch der ganzen Philosophiegeschichte. Platon lässt uns in seinem Parmenides ausführlich daran teilhaben und bei aller Schreibkunst des Verfassers. Ich glaube nicht, dass je ein Mensch diesen Dialog von Anfang bis Ende gelesen hat, vielleicht nicht einmal der Lektor der Buchausgabe. Mit Mensch meine ich natürlich normale Sterbliche. Nur um eine Vorstellung von dem zu geben, was sich die Philosophen bei dieser historischen Begegnung zu sagen hatten, hier der Anfang von Sokrates' Widerlegung. Wie, O Zenon, meinst du dieses? Wenn das Seiende vieles wäre, so müsste es auch ähnlich sein und unähnlich? Dieses aber wäre unmöglich, denn weder könnte das Unähnliche ähnlich, noch das Ähnliche unähnlich sein. Und also, wenn unmöglich das Unähnliche ähnlich sein könnte und das Ähnliche unähnlich, so könnte ja unmöglich vieles sein. Und so weiter, und so weiter, noch über 50 Seiten. Und so weiter, und so weiter,